Wir beginnen mit dem Ultrasport Store F-Bike. Dieser klappbare Heimtrainer verfügt über Handpulssensoren und acht Widerstandsstufen. Er eignet sich für Personen mit einer Körpergröße von 1,60 m bis 1,95 m und einem Körpergewicht von bis zu 100 kg. Auf seinem Display zeigt der Hometrainer die Trainingszeit, die verbrannten Kalorien und die zurückgelegte Distanz, die Geschwindigkeit und den Puls an. Dazu befinden sich am Lenker Handpulssensoren, die die Trainingswerte messen. Es gibt bei diesem Heimtrainer acht Widerstandsstufen. Damit du das F-Bike an deine anatomischen Voraussetzungen anpassen kannst, ist es mit einem Sattel ausgestattet, der in der Höhe verstellt werden kann. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AAA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Hometrainer von Ultrasport ist in einer schwarz-silbernen und einer weiß-silbernen Farbgebung zu haben. Die Abmessungen betragen 112 x 43,5 x 80,5 cm. Das Eigengewicht liegt bei 15,5 kg.